Willkommen zu einer weiteren wunderschönen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Wir machen hier weiter wunderschönen Überlebensmodus. Wir haben Tag, Nacht und Pool. Wir beginnen mit dem Tag. Also, wir haben hier die allerbasigsten Basic-Zombies. Was haben wir da? Wir können uns gegen die verteidigen. Jetzt sagen wir, wir starten auch Basic. Das ist natürlich für Hyatt hier. Was können wir noch gut nehmen. Hier so eine Hochwallnuss. Ein Kürbis. Da haben wir maximale Defense. Das wäre noch so nice to have. Euer Matschkürbis. Dann die Kirschbombe. Und... Was ist, wenn ich... Ich mach mal ein bisschen anders. Komm, ich möchte mal hier so das Ganze mal lösen. Und man kann nicht ändern. Ich mein, man könnte ändern. Na komm, ich... Das werde ich eh schaffen, weil das ist ja noch easy mode. Ähm, jedenfalls dich noch mit rein. Und dann kommt Küschbombe. Ach komm, ich mach einfach so. Das sollte doch so funktionieren. Erst die ganz easy Meta durchdrücken. Also Überlebenswurz ist ein bisschen länger. Es gibt fünf Wellen. Wie kann man sich das vorstellen. Also fünfmal kommen verschiedene Zombies. Und nach... Ich glaube, immer kann man sogar die Pflanzen mal wechseln. Ich weiß nicht, wie großzügig das Spiel zu mir ist. Ne, ist es nicht großzügig zu mir. Aber wie war es mit den anderen Meta mit dem Matschkürbis? Da braucht man jetzt den normalen gar nicht. Stimmt, da hab ich mal was ausgetüftelt. War da nicht mal was gewesen. Aber ich hab grad auf, ich hab nur eine Reihe von den... ...komplett lost gerade. Dann haben wir noch den Matschkürbis. Ich hab's nicht mehr im Matschkürbis. Geh ich mal direkt auf die 300? Ja komm, mach. Let's go! kann ich den hier ersetzen der recharged dann gibt es den nächsten 300er dann hier ich habe nicht von Anfang an zu machen sollen ich du die, naja egal noch ist er hier so eifer, noch kann man sich Fehler erlauben auch selbst wenn das gerade schon ein bisschen lost von mir war das kann ich nicht abstreiten Nettet das hier nicht wenn ich gleich eine Melone zusammengekrankt krieg so jetzt stirb man sieht so overpowered Guck was die riesige Welle so schönes macht die Reihe hier braucht Unterstützung alles ganz gechillt da kommen noch mehr Zombies so jetzt wird es halt ein bisschen schwieriger ich kann mir jetzt mal mein Kit neu zusammenstellen holen wir mal Kirschbomben normalen Standard brauch ich eigentlich nicht mehr hochfallnuss dann hochfallnuss dann defense, defense vielleicht noch die Dinger hier sonst will ich jetzt auch nicht mehr was machen vielleicht einfach nur das hier um einfach mehr möglichkeiten zu haben schnell mal was zu besiegen oh so 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 Marshmobile hier mal so Eismelonen die noch zützlich schließen die haben ja ultralangen cooldown mach ich mal eine Unterstützung Loll, was hat denn hier für eine Reichweite als ob der Einer noch den hier freest die übelst OP Wenn hier schonmal mit Verteidigung beginnen okay, hier noch die Cooldowns und hier noch ein Deck hier Und was jetzt hier ankommt ich konnte immer so ein party zombie oder auch nicht dann kommen noch mehr zombies dann speicher mal schön ab eigentlich kann ich mal in der strategie bleiben zack zack dann die beiden kürbis kirschbombe easy nur das beste vom besten cool Die Defensive muss man auch als einer mal durchsprechen. Also ich glaube inzwischen kann ich das Spiel einfach selbst durchspielen. Hab ja gar nichts durch. Absolut gar nichts. Das war der Grund warum ich jetzt in dieser Reihe hier Zombies haben wollte, damit halt eben hier dieser Tanzzombie nicht, ja wenn der hier dann ist, dass er dann nicht hier diese normalen setzt. Früher habe ich immer hier meine Verteidigungsreihe gesetzt, aber das brauchst du ja gar nicht so zu machen. Mal gucken was hier noch mehr kommt. Oh. Wenn das so ist. Ja pass auf, das ändert natürlich meine Strategie wesentlich. So dann erstmal die normalen, falls hier irgendwas kaputt geht. Die hier brauch ich ja jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls Kürbis, aber nur weil es kaputt geht. Was auch jeder machen will kann ist hier Magnetpilz plus Kaffeebohne. So kann ich halt die ganzen Händlinge da kontern. Natürlich hier Standard, muss sein. Und das hier. Oh. Ja man. Sehr schön. Das war's. Ja, schon extra ein paar mehr, weil wie gesagt, wenn da nur lauter Eimer-Zombies kommen. Oh, ganz für 10-Karten. Sehr schön. Keine Chance an die Zombies. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ich machen kann, aussieht jetzt hier nur überall Stacheln zu platzieren. Noch mehr Zombies. Was kommt da noch so Schönes? Eigentlich kann ich mal in meiner Linie bleiben. Ja, wobei, ein bisschen Backup sollte ich schon noch haben. Ja. 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 Na, das Ganze hat das 5 Runden. jetzt können wir eigentlich schon zugucken wie das spiel sich selbst durchspielt eigentlich könnte man noch mal die reihe 14 klammer zum beispiel die humanität gegen die tanzzombies aber ich glaube man braucht trotzdem eigentlich mehr millionen und aus dem die magnete können dann direkt halt eben raus fischen da sind doppelten vorteil drin was noch in den geschenken überschüttet ja letzte welle eigentlich habe ich schon gewonnen das ist ein garten voller pflanzen wunderschön der überlebensmodus freigeschalteten nebel eine sache auch noch irgendwas war da noch das kann ich jetzt noch machen eine horde in einem level mit sonnenblumen walnuss und schnappe aufhalten das ist der pick der drei machen wenn er ja drei direkt das ist das nicht überhaupt noch schaffen so egal mehr spiele ach so mal gucken wir mal inzwischen im zentgarten hoch voll übertrieben wie viele pflanzen sind gar nicht so bekommen habe erforderung das wird so der lückenfüller auch ganz entspannt so coins zu farmen also ich brauche Dünger das ist teuer der ist mir zu teuer ich bin jetzt sehe ich nicht an zu bezahlen manchmal 80.000 gibt es ja mehr slots aber an der stelle das sind verkaufen das mache ich nicht eine armen hart verdienten pflanzen schluss lang wachsen wachsen die sich dünger brauchen und lass sie dann einfach chillen so dann würde ich aber an der stelle auch mal den part beenden ich sag dann auch mal ja tschau leute wie schmeckt dir das schluss 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 er der